Eine Frau, die sich ganz allein einer wildfremden Gruppe von Menschen anschließt, um Gold zu suchen. So was bringt Unruhe in die Gruppe. Wir müssen den Wagen zurücklassen. Es gibt keinen Weg zum Norden. Es gibt nichts wie das. Es ist durch ein völlig unbequem Land. Gibt's Probleme? Der Fluss ist nicht in der Karte verzeichnet. Mir ist nicht hingangen, dass unser Packer versucht, sich an sie ranzumachen. Nehmen Sie sich vor dem in Acht. Mit dem stimmt was nicht. Reulen Sie Ihre Entscheidung. Ich habe nichts, wofür es sich lohnen würde, zurückzukehren. Die Tür ist nicht in der Lage, nicht in der Tat und in der Tat. Eine Frau, die Toldriesen, zumal die Tür zu Catherine, die Tür zu sehen. Vielen Dank.